Hallo meine lieben Leute, ich bin der DAS, deswegen komme ich auf meinen Kanal. So, ich bin gerade unterwegs, im Supermarkt. Ich habe gerade die Idee gehabt, mal rüber gehen nach Baumhof, mal gucken was da los ist, wenn einer steht oder frei steht oder keiner steht, Leute. Das zeigt ja auch so spannend als ist, ich bin sowas so spannend, Leute. Ich werde den einfach mal gucken. Es ist noch kalt, Sommer kommt schnell. Ihr wollt nicht alle lieben Sommer Leute. Liegt nie auch Sommer, bald kommt der Sommer zurück. Ja, ich fahr gar nicht mit dem Bus weiter. Ich werde den K Дляbauten mal gucken. Mein Herr Rührenfreund ist der Kau fängt an. Ich habe den Kau fängt an. Steh? In den Kau fängt an. Kau fängt an. Ein Wiejhziger. Ich hoffe, die haben bis zum Sommer einen Impfstoff, Leute. Jetzt sieht man keine Sau mehr draußen. Früher war das schön, Kinder spielen draußen, Leute wollen Kaffee trinken, Eis essen, passieren, Familie besuchen, Freunde besuchen, kannst du eine Stunde weiterreden. Leute, aber jetzt ist Annahmstufe Rot. Stufe Rot. Leute. Leute. Hier ist eigentlich immer was los. Und hier hört man gar nichts. Keine Autos. Keine Menschen. Da vorne hat die Kios aufzunehmen. Die hat eigentlich immer auf. Heute. Heute. Die Firma hat, glaube ich, auch so. Keine Sau sieht man. Ja. Keine Sau. Keine Sau. Das hier ist ein paar Leichte. hoch. Das hat ja in meinem facken Überblick den Barmhof. Leute, ich sehe, glaube, keinen. Das ist keiner, Leute. Das ist komplett verlassen von Barmhof, Rungsdorf Barmhof, verlassen. Gut, meine Leute, sei aus mir. Unheimlich, Leute. Verlassen Rungsdorf. Ja, verlassen. Alles ist hier. Alles ist verlassen. Die Corona-virus. Ja, das wird auch klein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich beende, glaube ich, das Video ist neu, Leute, ein bisschen mehr Haut rein, ein halbes Hund, euer Dastehen.